Herzlich Willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Nein, es ist noch nicht zu spät für unsere Live-Wein-Probe. Hier in diesem Video möchte ich mich und unseren Betrieb kurz vorstellen. Ich heiße Lukas Roth und bin der Chef vom Weingut. Naja, zumindest solange mein Vater nicht da ist. Auf diesem Kanal möchten wir Ihnen Videos präsentieren, rund um unsere Weine, was Sie mit Ihnen alles machen können, über unsere Arbeit in den Weinbergen, wie mit dem Wein selbst, bis zur Abfüllung. Natürlich können Sie auch gerne Ihre Interessen uns mitteilen. Wir werden versuchen, aus denen ein Video zu machen. Wir werden auch auf diesem Kanal Weinproben via Livestream anbieten. Die erste können Sie jetzt schon am Pfingstmontag, dem 1.6. ab 17 Uhr hier auf dem Kanal live verfolgen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse an unserem Weingut und hoffe Sie jetzt nicht nur in virtueller Form, sondern auch mal bei uns persönlich auf dem Weingut oder in unserem Gästezimmer begrüßen zu dürfen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse an dem Kanal live verfolgen.